Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind hier im Anflug auf die Gamma-Side von den Siedlungen hier, von den verlassenen im Elysian Shore, obwohl die eigentlichen Namen vormitteln Rift-Siedlungen tragen. Ich versteh's nicht. Genau, wir sind hier im System von A-Stern, ist natürlich alles entdeckt. Klar, logisch, POI halt. Und ja, so Krox, Hüldm, der Planete ist auch natürlich schon zuerst, sagt man, so begangen worden, begeht worden, bestiegen worden, bedingst worden. Da hat schon jemand drauf gestanden. Und genau, mir fliegt immerhin und guckt uns die Nachricht an, wieso nicht so ausschaut. Wenn's hier schon so verlassene Siedlungen gibt, dann werde ich natürlich mitgenommen, wenn man eh schon in der Region ist. Das wär nur cool, wenn's halt jetzt irgendeine Art, ähm, eine Art andere Story gäbe. Das wär ganz interessant. So, genau. Formel dann Rift-Deltaside. Das wär nämlich nicht schlecht. Nicht wieder von so einer so Nachrichtesserie lief noch eine Raumschiff-Crew vor 30 Uhr. Äh, handelt. Oh, guck mal, hier mag, glaub ich, kein Glück, oder? Uuuuuh, nee, das ist nachts. Ui, 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 ui. Das ist creepy. Das soll man nicht lieber mit einem Kampfraumschiff aneinander. Die Aliens kommen. Oder wie hieß die, Nomo, die bei... Ach, wie hieß der Film, Nomo? Ah, die erste Riddick, quasi. Was ist mit Void? Dark? Oh Gott, wie hieß denn da nochmal die erste Riddick? Riddick war ja dann eigentlich die zweite, oder? Oh, guck mal, hier hat sogar ein G, okay. Du wirst mit Rumspringen nix. Ach, wie hier ist der Film jetzt nochmal? Unglaublich. Ach, mit den Viechern, wo er auf dem Planet ist. Die wollen wir nachts angreifen. Hei, 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 hei. Er leid auf der Zunge, aber ich komm nicht drauf. Moment, beim Landeranflug. Ha, das, ähm, muss ich jetzt google. Ach, ich komm nicht drauf, das ist so ärgerlich. Hm, Pitch Black. Genau, stimmt. Pitch Black, Planet der Finsternis. So war's. Irgendwas mit, irgendwas mit Black. Ja, Dark. Ich kann gar nicht so falsch. Pitch Black war's. Der war eigentlich recht gut. Habe mich nicht so in Erinnerung. The Riddick fand ich dann ganz so gut und die weitere Teile habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Oder vielleicht noch der zweite und dann irgendwie. Äh, auf jeden Fall können sie nicht so gut gewesen sind, weil ich mich wahrscheinlich wie andere Digger erinnere, was der Abgang war. Naja. Ich hoffe nur, dass es uns hier ohne jetzt anders ergeht. Wahrscheinlich tut es das, dass es Siedlung wie die andere auch. Also, verlassen die Siedlung. Aber das wäre echt irgendwie eine coole Idee, dass der Winter... Oh, diese verlassene Siedlung hier, ähm... Guck mal, hier könnte unsere Carriersen, oder? Haha. Ist er auch. Ähm... Ist der jetzt schon so? Komisch. Ähm... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b, genau. Es wäre doch cool, wenn... Wenn man halt die Siedlung begehen... Also, wenn man da wirklich in die Gebäude rinnen könnte. Aber wenn es dann so gewissi... Pro... Prozentuali... Was ist denn das hier auf dem Radar? Alter. What the frick? Sidewindows? Hä? Äh... What? Why? Warum? Was machen die? Äh... Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Gibt's doch nicht. Tatsächlich ist nicht damit gerechnet. Ähm, aber nochmal zurück. Ist ja cool, wenn man wirklich in die Gebäude rinnt... Könnte... Oh fuck. Ich hab' jetzt mal grad aufgefallen hoch. Hier herrscht... Ähm... Über 1 G... Könnte man eventuell ein bisschen aufpassen... Was man vor Unfug machen... Beim Landeranflug... Ähm... Wenn es dann eine bestimmte prozentuale Chance gäbe... Dass es... Interne Gebäude Aliens gibt oder so... Muss hier nicht viel sind... Müssen hier... Muss hier... Direkter Targoide Schwarm sind... Irgendwie... Keine Ahnung... Mini Targoide oder... Keine Ahnung... Irgendwie sowas gibt... Dass wir halt... Richtig cool... Wo ist denn das Ding jetzt? Wo sind wir jetzt hin? Ah, wir sind direkt drüber... Okay... Wo... Wo... Moment... What the... Fick... Was ist das für ein... ok das wäre halt schon das wäre so richtig geil dass er halt ja so bestimmt die prozentual die chance halt so bis die überraschung wie da gibt es auch das andere komische dinge wurde ab und zu von das ist wo uns mal passiert ist man uns auch so stationen angucken wollte und ich weiß gar nicht wie die hieße die abel und umgebung zu verlassen stationen edges oder so zu kleistert haben und dann im ende planet die tage kommen sind das war so richtig geil gemacht so irgendwie was das wäre nicht schlecht so jetzt gucken wir uns mal um bist du noch 45 meter los noch ein bisschen weiter weg achte das ist schön oder auch nicht delta mission 3 von 6 ok ja dann ok hier sieht schon ein bisserl anders aus und holy freak und 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 och und 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 wohl und 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 Okay, wo bist du? Äh. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, was wir hier direkt vor unserer Nase haben, das ist doch nett, oder? Ja, okay, gut, das ist der andere, der noch mal schon, der erste Hühner uns. Ach, guck mal, hier ist so Plattform. Okay, warte mal. What the frick, Alter. Achso, Karriersprung abgeschlossen, alles gut. Ähm, so, hier mal irgendwas markiert. Okay, das ist wahrscheinlich das andere Ding. Ach, guck mal. Das ist doch eventuell, wir sind auf der anderen Seite. Ähm, Moment. Wo bist du? Achso. Du, wuh, 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 wuh. Okay. 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 Oh, guck mal, können wir trotzdem von draus scannen. Oh, guck mal, guck mal, das geht schon hier. So, lass uns mal schauen. Eins, zwei, drei, fünf und sechs. Die Nummer vier fehlt noch. Oh, guck mal, da ist das Signal. Oh, guck mal, da ist das Signal. Hm, okay. Hm, okay. Hey, cool. Das sind wir schon durch. Wunderbar. Hier gibt's auch keinerlei Signal oder Materialien. Na gut. Na gut. Gucken wir mal morgen, würde ich sagen. So, Delta Mission vor mit einem Rift. Ich hatte mir die Missionsbeschreibung wohl lieber ein bisschen genauer durchlesen sollen. Aber ich habe nur auf das Sonorar geachtet und meine Unterschrift runtergesetzt. Mehr Geld, als ich jemals auf einen Schlag verdient habe und alles nur dafür, sich ein Jahr lang zu verpflichten. Auch soll man da machen. Eine kleine Spritze draußen ist nichts. Wie schlimm könnte das schon sein? Den Teil mit den mehreren tausend Lichtjahren habe ich irgendwie übersehen. Ich war bisher noch nicht mal über Lästi hinausgekommen. Okay. Ist auch wieder vom Raumschiffperspektive aus. Ist schon ziemlich, ist ziemlich schön hier draußen. Ich habe vor kurzem einen Huder von Zwillingsnebel gesehen. Ja, einen harten Zollnebel. Ähm, das solltest du sehen. Jede Menge Gleisen, heller, blauer Sterne hier. Ich wünschte mir, wir könnten uns alle erst etwas näher anschauen. Aber unsere Mission hat offenbar Vorrang. Hört, hört. Hier spürt man wieder, wie riesig die Galaxie eigentlich ist. Man fühlt sich richtig klein und unbedeutend. Mein Job ist der Außeneinsatz. Sich einen unserer beiden Zeitwinder zu schnappen, die da draußen die Navigationsboi absetzen. Und dafür sorgen, dass sie aktiviert sind. Keine Ahnung, wozu denen ja gut sein sollen. Wer braucht so weit draußen eine Navigationsboi? Und was noch seltsamer ist, sie haben all diesen Coden in ihrem Bios. Egal, wenigstens habe ich jetzt etwas zu tun. Die Reise waren fast mal langweilig. Wir haben Monate gebraucht, um hier herzukommen. Okay. Heute ist etwas merkwürdiges passiert. Ich habe einen dieser Navigationsboi abgesetzt. Sie aktiviert und dann sind auf einmal alle Systeme ausgefallen. Ich meine wirklich alle. Einflüssig der Lebenserhaltung. Keine Kommunikation, gar nichts. Hat etwa zwei Minuten gedauert. Dann war alles wieder normal. Aber der Begleitschiff war ebenfalls betroffen. Keine Ahnung, wie das passieren könnte. Mir ist der Arsch so auf Grundreis gegangen. Man sagt in dieser Region des Alls gehen seltsame Dinge vor sich. Okay. Oh mein Gott. Bitte hilf mir jemand. Wo sind sie? Bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Ich hatte Zeit mich an die Situation zu gewöhnen. Bin wie immer rausgegangen. Hab die Navigationsboi abgesetzt. Wie das war ein seltsamer Stromausfall. Hab gewartet und nach kurzer Zeit war alles online. Ich habe meinem Begleitschiff ein Signal gesendet. Keine Reaktion. Bin zurückgeflogen und es war weg. Nur noch ein Schrotthaufen. Huch. Keine Überlebenden. Ich weiß nicht was passiert ist. Es gibt es nur noch mich und diesen Zeitwunder. Eine fantastische Lyon Meilen weit weg von zu Hause. Ich hätte es ahnen müssen. Wenn die Dinge zu gut laufen. Es gibt eine erdähnliche Welt in der Region. Ich werde versuchen sie zu erreichen. Man weiß ja nie. Okay. Dem sei Hauptschiff ist wohl auch draufgegangen. Alles sehr, sehr seltsam. Na, auf jeden Fall. Gut, das war jetzt mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen was anderes. Problematischen Temperaturen. Wahrscheinlich kalt müssen. Ein bisschen draußen. Ja, 150. Ja. Und viel mit Springe ist ja nicht. Was da wohl drin ist. Was da wohl drin ist. Was da wohl drin ist. Was. Kann man doch nicht hoch. Oh, come on. Oh. Hm. Naja. Geht mal hin. Leider dunkel hier. Hm. Da. Da kommen wir nicht hoch. Können wir vergessen. Oh. 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 Oh, ein wenig ein bisschen selbes. So, was haben wir dann hier noch dahin? Ja, die ist irgendwie deutlich größer, die Dorfstation. Ja, das hat was irgendwie mit dem Band von unserer Galaxie, eine Milchstraße, das hat was. Moment, wieso hast du gerade Bildschirmfoto gemacht? Unglaublich. Ja, jetzt. So. Äh. Oh. Äh, okay. Falsch. So. Ich dachte, wieso bin ich hier, war jetzt runtergesprungen. Moment, wo sind unser... Da ist das Dings. Moment, bin ich ganz verwirrt. Ah, der Himmel ist die. Genau. Keep clear. Hm. Hm. Ne, hier steht nichts drauf. Okay. Schade, schade, schade. Gucken wir uns noch schnell durch nur um. Und dann... What the frick? Achso, ist ein Lambe. Okay, ich dachte schon, was, 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 was leuchtet denn hier? Sind das auch so Lamp? Haha. Das hat mich aber ein bisschen geschickt. Das wäre jetzt cool, da oben nur, aber das könnte man hagen. Ne. Da kommen wir nicht nur... Schade. Gut. Ja, dass es hier auch dunkel ist, würde ich sagen. Oh, guck mal hier. Unser Anzugsanergie ist auch schon ein bisschen unergang. Haha. Im ganzen Umlauf hier. So, dann hätten wir es für heute. Wir haben noch eine Siedlung hier in dem Bereich vor uns. Wie gucken wir uns? Natürlich das Nextion Moor an. Was auch alles komplett an. Soll ich hier noch ein Bild mit Buggy. Mit SAW. Und genau. Dem Anblick. Beabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Gemütlicher Sonntag. Und bis zum Nextion Moor. Bye bye.